Beides. Der nöde Film in der Geburt. Du musst heute wieder leermachen, Schatz. Dass wir einen Platz haben, eine halbe Stunde. Was? Dass wir eine halbe Stunde aufnehmen können. Die Mama muss zu mir kommen, sie darf nicht so rauf gehen. Ich muss euch ein bisschen helfen. Also, habe ich keinen Stress? Die Mama ist wieder rauf gegangen. Die ist schon wieder rauf gegangen? Weiß ich nicht. Bitte zähle ich jetzt. Was ist denn, Mama? Das gehau gehen? Nein, das gehau gehen. Was war das? Das gehau aufs gehau gehen. Ich sag ihrs. Sie sind zu sich. Du kannst es eh. Warte, ich tue sie da her. Ah, das geht nicht. Du kannst nicht. Wo bist du hingestellt? Ja, das ist aber schön. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Kannst du es nicht, die Hasen? Ja. Kannst du es nicht, die Hasen? Ja. Verkehr, Anastasi. Andere Seite. Anastasi auch. Umdrehen. Lass dir Anastasi auch fahren. Wo sie ist. Die Anastasi, lass auch fahren. René, lass dir schon. Die Anastasi ist ganz traurig. René. Lass dir Anastasi ein bisschen sitzen. Mama, das ist der Heidehelfen. Die kommen dann auch. Ja. Was? Das ist doch eine Idee, Patrice. Schau, ich muss mit dir. Schmuße Katze. Schmuße Katze. Schmuße Katze. Schmuße Katze. Schmuße Katze. Schmuße Katze. Puh, du bist bereitstrahl? Puh, du bist bereitstrahl? Puh, du bist bereitstrahl? Wo ist man zum Augen? Ich bin noch nicht fertig noch. In der Frau sagt man ja heute. Ich kann nicht das tun. Kannst du nicht? Ja. Weg ist er. Weg ist der Hase. Alle Hasen sind runtergegangen. Ja. Der Mann hat wirklich gewonnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Naastasia? Anastasia? Anastasia? Aufpassen! Ja. Nein, 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 ich habe einen Stolten-Holland. Ich habe einen Boller, ich habe einen Boller. Ja, Bollerspiel. Ja, Bollerspiel.